Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Buffalo NAS-Modell WS6412TL R5 wiederstellen können. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einem allen NAS ein zweites Leben geben können, wenn sein Betriebssystem nicht mehr startet und Sie den Installationsdateträger mit dem Standard-Symbol am Bild verloren haben. Wie richte ich eine Windows-Server-Netzwerk-Verbindung ein und wie bekomme ich meine Daten zurück, wenn mein NAS nicht funktioniert? Also, ich habe ein altes NAS-Modell WS64L mit sechs Festplatten. Das USB-Laufwerk mit dem Standard-Betriebssystem war schon lange verloren, also beschloss ich, Windows-Stormserver 2012 darauf zu installieren. Das Standard-System auf diesem Gerät war WSS2008. Da das Standard-System kein Laufwerk enthält und man sich nicht die Mühe machen will, einen Treiber für dieses Gerät zu finden, haben wir uns entschieden, ein neues System zu installieren. Das Betriebssystem für ältere Geräte finden Sie unter Archiv.org. Hier finden Sie Disk-Image von früheren Versionen des Windows-Server-Betriebssystems. Sie können hier auch einen Betriebssystem wie X-Penologie, Open-Media-Boat oder TrueNAS installieren. Nachdem Sie das E-Mage heruntergeladen haben, erstellen Sie einen bootfertigen USB-Stick mit Windows-Stormserver 2012. Ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Installationsprozess aushalten müssen, da er sich nicht wesentlich für jede andere Windows-Installation unterscheidet. Das einzige Problem bei diesem Modell ist, dass Sie das Bootlaufwerk an einem USB-2.0-Steckplatz anschließen müssen. An den zweiten Steckplatz muss eine Tastatur angeschlossen werden. Dieses NAS verfügt auch über einen VGA-Ausgang für einen Monitor, der die Installation eines nicht-stampilisierten Betriebssystems erlaubt. Es ist also alles angeschlossen und bereit für die Installation des Betriebssystems. Um beim Start des NAS ein bootfähiges Gerät auszuwählen, drücken Sie die Taste F12 auf der Tastatur, wählen Sie dann ein bootfähiger USB-Laufwerk aus der Liste aus und starten Sie die Installation. Nach der Installation des Betriebssystems habe ich mit Hilfe eines Insta-Programms, Windows-Storms-Pool, einen Rät-Array der Stufe 5 aus den drei angeschlossenen Laufwerken zusammengestellt. Hier ist es einfach zuerst einen Pool von drei Laufwerken zu erstellen und dann aus diesem Pool ein virtuelles Laufwerk mit Rät-Lever 5 zu erstellen. Laufwerk mit Rät-Lever 5 zu erstellen – aus der Laufwerk mit Rät-Lever 6 zu erstellen. Das Ergebnis war ein Laufwerk mit dieser Kapazität. Das Laufwerk wurde dann im Netz freigegeben, um den Fernzugriff auf den Speicher zu ermöglichen. Danach können Sie mit ihm arbeiten, indem Sie es als Netzlaufwerk an einen anderen PC anschließen. Eine weitere Möglichkeit, den Zugriff auf Ihren Server über eine ICC-ICI-Verbindung einzurichten. Um eine ICC-ICI-Rolle auf dem Server einzurichten, öffnen Sie Server Manager. Gehen Sie zu Dateien und Sprachdienste, File & Storage Service ICC-ICI. Wenn es hier keine ICC-ICI-Option gibt, klicken Sie auf Manage, Add Rolls & Future, Server Police, File & Storage Service, File & ICC-ICI Service. Aktivieren Sie hier Datei Server und ICC-ICI Zielserver, dann weiter und installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie das System nicht neu starten und können direkt mit der Einrichtung des Zielservers beginnen. Gehen Sie dazu zurück zum Fenster Server Manager und öffnen Sie den Abschnitt Datei und Speicherdienste. Um eine neue virtuelle Festplatte zu erstellen, klicken Sie auf Use & Link oder öffnen Sie Ausgaben. Neue virtuelle ICCI-Festplatte. Wenn Sie das Fenster öffnen, wählen Sie die Festplatte aus, in meinem Fall eine Rate Array, das Sie zuvor erstellt haben und klicken Sie auf Weiter. Der nächste Schritt besteht darin, in dem Laufwerk einen Namen zu geben, Weiter. Geben Sie Große und Typ an, Weiter. Das neue ICCI-Ziel, Next. Geben Sie einen Namen für das neue Ziel an. Im nächsten Schritt können Sie Initiatoren hinzufügen und die Serven angeben, die darauf zugreifen können. Auf der nächsten Seite können Sie die CHEP-Authentifizierung zwischen Serven konfigurieren. CHEP ist ein Protokoll zur Authentifizierung des Verbindungspartners auf der Grundlage eines gemeinsamen Passworts oder Geheimnisses. Für ICCI kann sowohl eine einseitige als auch eine umgekehrte CHEP-Authentifizierung durchgeführt werden. Next. Beprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind und starten Sie die Erstellung der Festplatte. Erstellen und Nachfertigstellung schließen. Gehen Sie dann zu dem PC, an dem Sie das virtuelle Laufwerk einschließen möchten. Starten Sie ICCI-Initiator und erstellen Sie die Verbindung her. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld ein und klicken Sie auf Schnellverbindung. Wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf Fertigstellen. Gehen Sie dann zur Datenträgerverwaltung und partitionieren Sie das virtuelle Laufwerk. Es wird im Betriebssystem als physisches Laufwerk angezeigt. Das Laufwerk wird dann im Explorer angezeigt. Da das Gerät schon recht alt ist und einen Lebensdauer von etwa 5 Jahre hat, lohnt es sich, sich vor dem Verlust, wirkliche Daten in der Zukunft zu schützen. Wenn das Gerät ausfällt, wird die RAID-Array einfach zerstört und alle Daten werden umgänglich. Um Daten von Ihren Festplatten wiederherzustellen, benötigen Sie eine spezielle Drehungssoftware, der Heckmann Rate Recovery, kann Ihnen helfen, ein ausgefallener Rätlaufwerk wieder zusammenzusetzen und wichtige Daten davon abzurufen. Die NAS-Geräte von Buffalo bieten zentralisierten Speicher für ihre privaten und geschäftlichen Anforderungen. Doch auch wenn Buffalo-Systeme mit modernen Hardware und erstklassigen Sicherungs- und Wiedererstellungsprogrammen ausgetastet sind, können die dennoch versachen, wie jedes andere Speichelsystem sieht sie trotz ihrem Erhörten zuverlässig immer noch einfällig für Ausfälle und Datenverluste. Buffalo-Nas-Geräte zeigen heutige Feierkodes über ein LED-Panel an, um Probleme zu signalisieren. Diese Serie von langen und großen Blink-Signalen zeigt an, dass eine Deter-Wiederstellen erforderlich sein könnte. Die Meldung E15 bedeutet zum Beispiel, dass ein oder mehrere Laufwerke ausgefallen sind. Um die besten Chancen auf eine Wiedererstelle zu haben, sollten Sie den Computer sofort aufschalten und das defekte Laufwerk ausschalten. Wenn Ihr NAS ausgefallen ist, ein oder mehrere Laufwerke im Array ausgefallen sind und Sie den Zugriff auf Ihren Speicher und die noch auf dem Laufwerk befindlichen Daten verloren haben, kann Ihnen RAID-Datenwiederstellungssoftware helfen, Ihre Dateien wiederzustellen. Die Software unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Dateisysteme. Es kann nicht nur Daten von Buffalo-Nas wiederherstellen, sondern auch von anderen herstellen. Einschließlich Synologie, Knapp, Promise, Asusto und so weiter. Die Software hilft Ihnen dabei, ein ausgefallenes Laufwerk wieder zusammenzusetzen, wenn Ihr NAS-Gerät, der Controller oder ein oder mehrere Laufwerke im RAI ausgefallen sind. Mit seiner Hilfe können Sie wichtige Informationen wiederzustellen, die auf dem Laufwerk hinterlassen wurden, um den NAS-Speichern zu verwenden. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS-Gerät und schließen Sie sie an die Hauptplatine eines Windows-PCs an. Sie sollten die Reifenfolge des Festplattens markieren, indem sie in den Speicher angelegt wurden. Wenn auf der Hauptplatine nicht genügend Satanschlüsse oder Stromanschlüsse vorhanden sind, verwenden Sie spezielle Verlängerungen und Adepter, wie die, die jetzt auf dem Bildschirm sehen. Sobald die Laufwerke abgeschlossen sind, starten Sie die Software. Das SIS-Programm setzt das gestürzte RAID automatisch aus dem Laufwerk wieder zusammen und zeigt es im Software-Fenster an. Wie Sie sehen können, werden alle RAID-Parameter korrekt erkannt. So das wiederzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Dateisuche, Schnellsuche oder Verständliche Analyse. Es wird empfohlen, mit der schnellen Suche zu beginnen, die die Laufwerke sofort durchsucht und alle gefundeten Dateien angezeigt. Wenn Sie gewünschte Dateien nicht finden, wählen Sie Verständliche Analyse. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü der Software, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Re-Analyse. Verständliche Analyse geben Sie das Dateisystem an und klicken Sie auf Weiter. In besonders komplexen Situationen empfiehlt es sich, eine Signatursuche mit aktivierten Kontrollkätzchen TIEF-Analyse durchzuführen. Das Programm baute das Search-Off-Direct in automatischem Modus Problemlos wieder zusammen und fand alle Dateien, die auf dem Festplatten RA gespeichert waren. Anschließend der hier mit einem roten Kreuz markieren geloschten Datei. Der Inhalt der Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk oder den Orden, in dem Sie die Dateien sprechen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich alle Daten in dem angegebenen Verzeichnis. Außerdem können Sie eine vollständige Kopie eines Datenträgers in einer Datei speichern und dann mit diesem Abbild anstelle des eigentlichen Datenträgers arbeiten. Diese Funktion schützt die Daten auf dem Datenträger von Überschreiben, Abstützen oder anderen Benutzerfällen. Bei einem ICCSI-Laufwerk mit einem funktionierenden Dachspeicher können Sie das Laufwerk direkt vom Klient-System scannen. Starten Sie einfach die Software und scannen Sie das Netzwerk Laufwerk. Finden Sie verzeihlich gelöschte Dateien und stellen Sie sie wiederher. Diese Methode kann helfen, wenn Sie verzeihlich Dateien aus dem Speicher loschen. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Festplatten aus dem Speicher zu entfernen. Stellen Sie eine ICCSI-Verbindung her und versuchen Sie das Laufwerk zu skalen, auf dem die Dateien gelöscht wurden. Wir haben bereits beschrieben, wie man eine solche Verbindung anrichtet. In schwierigen Fällen vor überschriebenen Geschäftskritischen Daten auf den Festplatten kann das Programm möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. In diesem Fall ist die manuelle RAID-Erstellung-Funktion im Bildereffekt verbaut. Dazu müssen Sie alle Informationen über das gestürzte RAID kennen. Öffnen Sie RAID-Bilder, wählen Sie manuelle Erstellung und geben Sie dann die RAID-Daten ein. RAID-Type, Block Reifenfolge, Große. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen das RAID besteht und geben Sie deren Reifenfolge an. Als Ergebnis sollte es in diesem Fenster erscheinen. Wenn die Parameter korrekt sind, sehen Sie einen Verzankungsbaum. Wenn nicht, sind die Parameter nicht korrekt oder nicht ausreichend, um das RAID zu bestimmen. Möglicherweise müssen Sie den Offset angeben, auf dem sich der Anfang der Platte befindet. Dies können Sie mit einem Ex-Editor tun. Wenn alle Parameter angegeben sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Das RAID wird in Disc Manager angezeigt. Jetzt bleibt nur noch, sie zu analysieren, eine schnelle oder vollständige Analyse zu wählen und die benötigen Dateien wieder herzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie der Rat, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für zu schauen. Tschüss.